Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch die Umwandlung von Fläche und Volumen und den Einheiten dazu erklären. Bei Flächen haben wir die Einheit 1m hoch 2 als Standardanheit gegeben. Man sagt auch 1 Quadratmeter dazu. Deshalb habe ich sie rot dargestellt. Um jetzt diesen Wert umzuwandeln, etwa in Dezimeter, auch Quadratdezimeter genannt, müssen wir den Meterwert durch 100 rechnen. Wir haben also ein Quadratmeter, rechnen durch 100, erhalten 0,01 Quadratmeter und das entspricht einem Quadratdezimeter. Das heißt, 100 Quadratdezimeter sind ein Quadratmeter. Ein Dezimeter hoch 2 oder ein Quadratdezimeter können wir wiederum in ein Zentimeter hoch 2 umwandeln. Hier gehen wir auch den 100er Schritt und rechnen durch 100 und erhalten das jeweilige Ergebnis. Wir haben jetzt den Meterwert angegeben und haben dafür zweimal durch 100 gerechnet. Also ein Quadratmeter durch 100 um auf Dezimeter zu kommen und noch einmal durch 100 um auf Quadratzentimeter zu kommen. Wir können auch noch einen weiteren Schritt gehen, um auf Quadratmillimeter zu kommen und müssen wieder durch 100 rechnen. Die Schritte bei der Fläche sind also immer hunderter Schritte. Wenn du von größeren Einheiten zu kleineren willst durch 100, wenn du von kleineren zu größeren willst mal 100. Das besondere bei der Fläche ist, dass wir die Einheiten A durch ein kleines A dargestellt und Hektar auch haben. Diese sind nur im zweidimensionalen Bereich, also nur bei Flächeninhalten vorhanden. So ähnlich verhält es sich mit dem Volumen. Das Volumen als Standardeinheit ein Kubikmeter. Können wir in Dezimeter, auch Kubikdezimeter umwandeln, müssen hierfür durch 1000 rechnen. Um auf Kubikzentimeter zu kommen, noch einmal durch 1000 und um auf Kubikmillimeter zu kommen, noch einmal durch 1000. Es entstehen dadurch sehr lange Kommazahlen, aber es fällt uns auf, der Exponent, in diesem Fall 3, bestimmt die Anzahl der Nullen, durch die wir oder mit denen wir multiplizieren. Wir rechnen hier durch 1000, haben also drei Nullen und Exponent 3 und bei der Fläche haben wir den Exponenten 2 und rechnen durch 100 bzw. mal 100 und haben zwei Nullen. Das war es soweit zur Fläche und Volumen und zum Umwandeln der Einheiten. Schau auch in unsere Übung. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.